Herzlich Willkommen zum Testcheck. Heute mit Daniel Malczewski. Und Heiko Klingel, du hast offenkundig Schmerzen, wenn du das Spiel siehst, oder? Ja, ich hab gedacht, ich passe mich dem Gestöhne da an. Also selten wurde in einem Spiel so viel gestöhnt und geflucht wie in diesem Jahr, richtig? Ja, im Spiel und vor dem Spiel. Ich hab das Spiel getestet und bin auch aus dem Stöhnen nicht mehr rausgekommen, weil das wie der Vorgänger so eine richtig schöne Lizenz-Ausmerkerei geworden ist. Lieblos inszeniert und viel zu kurz. Vor allen Dingen, aus welchen Filmen, Pirates of the Caribbean-Filmen, ist denn gerade die Szene hier? Also eigentlich spielt es ja jetzt momentan noch im zweiten Teil, da bin ich auf der Insel der Peligustos, diesen Kannibalen, aber die Flusssequenz kam mir also auch sehr neu vor. Kommen wir zu der Luftkrieg über Europa 1940-1945. Abgesehen davon, dass es den längsten Titeltrick in unserem Testcheck, es ist eine Flugsimulation. Auch das ist mittlerweile selten geworden. Ja, allerdings ist es ja nur ein Add-on. Ja, also man braucht irgendeine IL-2-Stumovic-Version, um das Ding zum Laufen zu kriegen. Es hat einen riesigen Umfang, das kann man mal so sagen. Sechs Großkampagnen, darunter D-Day, Luftschlacht über England. Hat man zwar alles noch nie gesehen. Ja, mein Gott, aber es gibt ja da draußen eine ganze Menge IL-2-Stumovic-Fans. Es sieht halt aus, wie es aussieht, es ist nicht mal zeitgemäß, aber ein ganz okayes Add-on. Ganz anders zu dem hier, Torrente 3, das ist ein GTA-Klon, der auf einer spanischen TV-Serie basiert, wo es auch Kinofilme gibt, die man hierzulande Gott sei Dank nicht gesehen hat. Ja, ich spiele einen alten Sack, der ständig vor sich hin flucht und sich benimmt wie die Axt im Walde. Ja, total. Es ist auch ... Wir sind ja ab 18-Version, du kannst es ruhig erzählen. Okay, dann erzähl ich. Ich dachte, ich lasse es jetzt mal bleiben, aber es gibt auch diverse Minispielchen. Unter anderem musste ich unseren Praktikanten André dabei beobachten, wie er auf einer öffentlichen Toilette, also im Spiel, masturbieren musste. Ja, das sagt alles über dieses Spiel aus. Ja, wo wir vorhin bei Lizenz ausmelken waren. Die Sims-Tiergeschichten. Tiergeschichten. Genau, das ist die Fortsetzung von die Sims-Lebensgeschichten, das läuft ja quasi unabhängig des Hauptprogramms und erzählt eine Geschichte, dass es ja in die Sims-Duo ja nicht gibt, nur Neuerungen sucht man in dem Programm vergeblich. Aber es gibt doch jetzt Tiere. Ja, die haben vier Beine, das ist der einzige Unterschied zu den Zweibeinern, denn die Bedürfnisse der Tiere sind genau dieselben wie die der Sims. Also da haben die Entwickler sehr viel Potenzial verschenkt. Warum schüttest du da jetzt Müll aus? Soll uns das was über die Qualität des Spiels sagen? Nein, eigentlich, ich wollte eigentlich meinen Hund zurechtweisen, dass er mir ständig die Möbel zersägt und jetzt macht er sich über meinen Müll her. Naja, gut, okay. Nee, aber die Skriptsequenzen, die in dem Spiel die Story vorantreiben, wo die Lebensgeschichten noch recht spannend waren, die sind hier halt recht mäßig. Okay, also muss man nicht spielen. Selbst als Sims-Fan. Ja, selbst, die sollten vorsichtig damit sein. Kommen wir zu UFO Extraterrestrials. Ich schlaf jetzt mal. Na, meine Zunge geht noch. Ach, schlafen musst du gar nicht. Die Grundidee finde ich eigentlich toll. Ich habe ja ein Herz für Klassiker aufwärmen. Und das ist tatsächlich mehr oder weniger eine 1 zu 1 Umsetzung des ersten UFO-Spiels. Anfang der 90er UFO Enemy Unknown. Heißt rundenbasierte Kampfsysteme, heißt Crewmanagement. Sehr komplex. So weit, so gut. Aber es sieht eben aus, wie es aussieht. Damit könnte ich noch leben. Womit ich nicht leben kann, ist die grottige Bedienung, die völlig umständlich ist, völlig wirr ist. Und das hat das Original wesentlich besser gelöst. Also ich bin da absolut enttäuscht. Ich habe mich eigentlich drauf gefreut. Ich bin eigentlich kein Grafikfetischist, aber hübscher könnte schon aussehen. So wie das hier zum Beispiel. Arena Wars Reloaded ist im Prinzip, wie dein Samus schon sagt, ein wieder aufgewärmtes Arena Wars. Das war ein kleines, aber feines Echtzeitstrategiespiel. Ich glaube, das ist vor ungefähr drei Jahren erschienen von einem kleinen deutschen Team. Legt den Fokus komplett auf Multiplayer. Aber das macht es fantastisch. Es gibt kurze, actionreiche Schnachten, trotzdem enorme Spieltiefe. Es gibt Voice Chat und Webcam Support. Das heißt, ich kann genau sehen, wenn mein Gegner sich ärgert. Das ist super. Und es gibt eine voll integrierte Unterstützung der ESL-Liga. Also wenn man im Spiel ist, kann man gleich die ganzen Punktewertungen dort abrufen. Und jede Partie wird dann auch automatisch gewertet. Das ist spannend. So ein bisschen Trackmania United im Echtzeitstrategie-Genre. So ein bisschen. Es geht in die Richtung. Haken an der Sache. Es gibt so gut wie nichts für Solospieler. Man kann also nur gegen die KI spielen, die allerdings ausgesprochen gut reagiert. Aber ja, ansonsten gibt es auch nicht viel Neues. Diese Gebäude hier, aber das war es auch schon. Ja, ein Marvel Trading Card Game. Will man sowas am PC spielen? Prinzipiell finde ich es gar nicht schlecht, weil Trading Cards ja durchaus auch für den PC ausgelegt sind. Man kann gegen andere Leute spielen, online und so weiter und so fort. Und es ist ja auch ausgesprochen nett präsentiert, für das, dass es ja eigentlich relativ puristisch ist. Genau. Es gibt eine nette Solo-Kampagne, so mit kleinen Filmsequenzen. So weit so nett, was mich daran tierisch fuchst, ist das, die Frechheit, wirklich halt für Booster-Packs, wie auch im realen Leben, Geld zu verlangen. Und das ist nicht so knapp. Ich glaube knapp 2,50 Euro oder so für 15 Karten. Und wer dieses Training Card System kennt, der weiß, man braucht die Karten, wenn man einwegs verschnümpftige Decks handelt, ist eine Menge Glücksspiel dabei. Es kann ein bisschen zur Sucht werden, wenn ich mich an meine Teenager-Zeit erinnere. Aber ich habe da viel Geld gelassen und dass ich jetzt auch online so viel Geld lassen soll, nach Willen der Entwickler, ich finde, am PC online muss man das nicht machen. Dann zahle ich lieber für echte Karten. 18 Reals of Steel, wir haben mal wieder ein Randgruppenspiel. Das ist gar nicht so Randgruppenspiel-mäßig. Das hat sich insgesamt, zumindest mit allen Teilen, schon über 100.000 Mal verkauft. Okay. Und ich kann dir auch sagen, warum. Es hat halt seinen eigenen Charme. Man sieht es hier, ich fahre über die Golden Gate Bridge. Es gibt Hunderte von Kilometern, die ich als Trucker befahren kann. Und das Schöne ist, im Vergleich zum Vorgänger, es gibt hier, glaube ich, mittlerweile der fünfte Teil, haben sie doch wieder all das reingetan, was wir im Vorgänger vermisst haben. Eine Speicherfunktion, man kann seinen anderen Trucker managen, man kann seine eigene Spedition gründen. Es gibt wirklich eine Menge zu tun. Grafisch ist es keine Schönheit, es wurde aber durchaus ein bisschen aufgehübscht und hat einen dynamischen Tag und Nacht- und Wetterwechsel. Und man kann Scheinwischer betätigen, die Hupe. Also wer sich so ein bisschen mit der Trucker-Romantik anfreunden kann, der sollte sich dieses Spiel definitiv mal anschauen. Allein schon mangels Konkurrenz. Tja, ein altes Spiel haben wir hier mal ausgegraben. Wie kommt denn das? Das kommt ja durch unseren tollen Heft-Relaunch, weil wir da jetzt ja auch die Kontrollbesuche auch im Testbereich haben. Wie ich finde, völlig zu Recht im Fall vom R-Factor. Genau. Denn das war ja am Anfang sehr ärmlich, was die Jungs da abgeliefert haben, irgendwie mit sechs Autos. Ja, das war eine Handvollstrecken, eine Handvollfahrzeuge. Und die haben es halt aufgebohrt ohne Ende. Was wir jetzt hier sehen, ist das Festival der Geschwindigkeit in Lienz, in Österreich. Oder Lienz. Egal. Jedenfalls gibt es das wirklich. Und das ist quasi so eine Motorsport-Vielseitigkeitsprüfung. Man hat ja jetzt gerade so ein Ausdauerrennen über 28 Kilometer. Man hat eine Rallye-Etappe. Man hoppelt über das Kopfsteinpflaster in der Innenstadt. Alles original umgetreu. Äh, original umgetreu. Original getreu umgesetzt, wollte ich sagen. Dazu gibt es jetzt offizielle lizenzierte Formel-1-Wagen, Formel-1-Kurse. Also A-Factor ist so ziemlich das einzige Spiel, wo man auf dem PC wirklich Formel-1 erleben kann. Da noch ein kleiner Hinweis. In der Mod-Sektion zeige ich auch noch ein paar Sachen dazu. Ja, nochmal ein Rennspiel. Oh je, haben wir ja noch nicht genug gehabt. Race Caterham. Ja, da haben wir nun quasi das Gegenteil von A-Factor. Dabei, A-Factor sind sämtliche Add-ons umsonst. Und es gibt jede Menge davon. Dieses Caterham-Add-on zu Race, das kann man über Steam kaufen, ist eben nicht umsonst. Okay. Und es macht Spaß. Diese Fahrzeuge hier sind echt witzig zum Fahren und sind auch relativ gutmütig. Das ist echt ein richtig cooles Rumgeheize. Problem an der Sache, das Add-on installiert gerade mal zwei neue Strecken und drei Autotypen. Oh, das ist herrlich wenig. Und kostet Geld. Ich weiß noch nicht, wie viel es kostet. Ich habe es gerade frisch auf die Festplatte gehabt. Aber Entschuldigung, sowas liefern trotzdem andere Entwickler umsonst per Patch. Oh, Bus-Driver. Vorhin Trucker gefahren, jetzt den Bus. Wobei ich dann doch lieber zum Truck greife, weil Busfahren ist dann doch ein bisschen arg unspannend, wenn ich mir die leere Stadt hier so anschaue. Ja, witzigerweise kommt das übrigens vom gleichen Entwickler wie das 80 Meals of Steel. Das darf doch nicht wahr sein. Tatsächlich, die haben sich auf die langsamen Disziplinen spezialisiert. Echt kurios, man muss halt möglichst vorsichtig fahren und trotzdem schnell und die Passagiere pünktlich abliefern. Du musst auf allerhand Zeug aufpassen. Du musst blinken, du musst auf Rotlicht achten. Du darfst nicht zu stark bremsen, sonst sind nämlich die ganzen Leute, denen wird es schlecht und die fangen dann an auszuticken und man kriegt dann weniger Punkte. Und die Gäste beamen sich in den Bus. Also es ist echt furchtbar langweilig. Der Umfang passt nicht. Und bevor wir einschlafen, hören wir lieber auf für diesen Monat. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.